Hi Leute, willkommen zurück zu Roblox. Hi Leute, willkommen zurück genau zu Roblox. Wir spielen wieder Mini Janssen und es ist gerade so schnell gegangen und es darf uns keiner erwischen wieder. Okay, vielleicht sind wir hier auf dem Dach ja sicher. Hohoho, nein. Okay, wir müssen. Der Lenten ist vergiftet. Stimmt, der Lenten ist vergiftet. Weil der hat so Punkte und der hat rote Palette. Geh weg, geh weg, geh weg, spring vom Dach, nein da unten sind Bauchfälsche. Ich wurde schon infiziert. Ja gut, die sind schneller, da kann man nicht wirklich. Der ist schon. Okay, noch 30 Sekunden. Versteckt sich jemand? Nein. Stimmt, kann der Baum. Nein, nein, Baum hätten wir ja was gesehen. Ähm, achso ja, wir spielen wieder Minigames. Haben wir das überhaupt gesagt? Ja, habe ich gesagt. Das ist ein gutes Hashtag. Wusste ich gar nicht, dass es da runter geht. Jetzt gehen wir da lang. Ah, da ist schon einer. Ehe, der hat ein Auge. Geh mal da dran. Da war einer. Hast du es noch geschafft? Nein, nein, die Zeit war schon vorbei. Die Zeit war schon vorbei. Okay, jetzt bist du dran. Also die erste Runde habe ich übernommen. So, was denn Teddy, den beschützen Teddy hast du nicht. So, schwarzes Loch. Hä, das hatten wir noch nicht gehabt. Da hinten ist auch ein Auge, Papa. Brauchen wir nicht. Ich sehe sie da. Brauchen wir nicht. Ach ja. So. Okay, das heißt, ähm... Ein Stein. Müssen wir jetzt darüber hüpfen? Äh, ich weiß es nicht. Warte mal. Ah, okay. Jetzt entscheidend ein schwarzes Loch und wir dürfen nicht reingezogen werden. Äh, wir haben nicht gewonnen. Du hast verloren, Kind. Wir sind doch nicht reingezogen. Doch, hinten dran war das schwarze Loch gewesen. Hinter dir. Aber egal. Alles gut. Ich weiß aber, hat es ein bisschen komisch ausgesehen, ob die anderen eingezogen werden. Dabei sind wir eingezogen worden. Oh, guck mal. Hat er mich nicht beschützt, weil ich nicht gesagt habe, beschützt mich Teddy. Ich muss ja auch so ein Beschütz auch kaufen. Oh mein Gott. Wie viel Geld haben wir überhaupt? 110. Wer ist jetzt denn Teddy? Guck mal, es steht bei uns hier oben drüber Minigame. Wir hatten nämlich in der letzten Folge haben wir doch Ding bekommen. Den Titel. Papa, viel Spaß damit. Wo ist hier? Ah, nee, ich glaube das ist... Schieben, oder? Ah, ja. Du bist A. Drei, zwei, eins und los. Schieb doch. Ah, okay. Wir müssen A und D müssen wir gleich, also immerhin abwechselnd drücken. Weiß ich noch nicht. Ah, und jetzt sind es andere Buchstaben? Ne, ach der eine hat schon... Okay, das muss ja auch erst mal einer wissen, gell? So. Okay, jetzt darfst du wieder übernehmen? Jo. Okay, ähm... Teller drehen. Ich glaube, der Teidee beschützt uns nicht. Aber der Schneemann... Das ist der Feigler. Feig... Guck mal, der Schneemann. Äh, ich kann... Ich... Okay, das heißt, wir müssen in die Mitte kommen. Wie wäre es in die Mitte? Denke ich mal, gell? Auf, geh durch! Jetzt musst du warten, bis da die Öffnung ist. Los, rein! Ah, du bist so langsam. Jetzt! Okay. Raus! Hä? Du musst gucken, wo die Öffnung ist. Jetzt, raus! Nein, was machst du? Kann ich nur fahren, da? Willst du da lang? Ja. Ich kann nicht lenken, Papa. Ich muss immer da lenken. Ja. Wenn doch die Öffnung ist, lauf doch raus, mein Kind. Ja, es geht doch nicht. Ich kann doch nicht lenken. Ich muss immer da lenken. Ahooo, ich drücke den nicht auf E. Jetzt! Acht, du musst in die Mitte. Äh, auf D. Haha, auf D muss ich laufen. Hier? Ne, die Mitte wird dir wahrscheinlich die Pfeile anzeigen, oder? Wo die Mitte ist. Lauf mal da lang. Hm, ich glaube nicht, weil die Pfeile, die zeigen alle in die Richtung. Ja, da kannst du nicht lang. Hier, warte. Warte. Ja, auf E. Du drückst ja nicht auf E. Man kann nicht lenken. Warum auf E? Du musst doch wenn auf D drücken, oder? Nicht auf E. Ja, aber man kann ja nicht lenken. Ah, Kind. Aber man kann nicht lenken wie da, so. Wirklich. Ja, glaub ich dir auch. Alles gut. Du musst es jetzt mal spielen, ha? Du musst Türen aussuchen. So, Fahrtfinder. Nimm bestimmt nicht. Nimm aber lieber nicht den Türen. Ah, guck mal. Jetzt darf ich das machen. Was denn? Ja, jetzt kommt der Weg, wo dann leuchtet. Hihihihi. Hm, Papa. Du folgst einfach die anderen. Da. Ja, tschülma. Oh. Okay, warten wir lieber noch. Hohohoho. Da hinten zeigt es lang. Der Leichenweg ist da langgezeigt. Okay, wir warten. Wie lange sollen wir? Wie lange sollen wir? Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Komm, lauf eine mal weiter vor. Da lang. Ah, egal. Wer war ein zweiter. Ja. Warte. Hallo Auge. Auge hat auch so Strische, was siehst du? Kleine mini Strische. Was ist das? Rasende Rodung. Das heißt, du müsstest, glaube ich, die Bäume fällen. Oh, ja. Bäume fällen lecker. Bäume fällen lecker? Mhm. Wie schön, meinte ich ja. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt eine Axt? So, du bist Team Blau. Aber ich habe keine Axt in der Hand. So, du hältst gleich eine Axt. Jetzt hast du eine Axt. Auf. Geh zu dem Baum. Du, von dem anderen Team. Das ist ein blauer Baum. Geh weg. Du musst rote Bäume fällen. Da drüben. Genau. Kann da nicht rüberlaufen. Hä? Fällt alle Bäume fällen. Ne, oh sorry. Du musst doch die blauen Bäume fällen. Ja, hab ich doch. Komm Mädchen. Helf dir. Äh, genau. Ja, ach doch. Sehr schön. Der wurde schon. Ja, der wurde schon. Denkst du, das geht von alleine, oder? Das geht bestimmt irgendwann. Vielleicht geht das auch nicht, weil es die Axt da drin ist. Jetzt. Ich muss auch ein bisschen weiter weg. Warte. Irgendwie komisch, gell? Hm. Habt ihr Axt nicht mehr? Ja, das rote, rote Team hat gewonnen. Hä? Aber warum? Ja, weil halt die mehr Bäume gefällt haben als wir. Ja, nur einen gefällt, oder zwei? Ja. Und wie viel haben die eigentlich? Keine Ahnung. Ha, ha, ha. So, ich würde sagen, das ist jetzt die letzte... Ne, die vorletzte. Ne, die letzte. Aber warum darfst du denn bei der letzten? Warum denn nicht? Ich bin doch immer eigentlich bei der letzten. Was? Wir hatten von uns angefangen. Ja, du. So, eine Spitzhacke. Du hast angefangen. Okay, wir müssen den Smaragd holen. Ich habe angefangen, sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Du hast doch das mit den Dingen gemacht. Aber kann ich das machen jetzt? Cool. Das geht nicht. Öh, hat einer schon gefunden. Okay. Na ja, gut. Okay, dann nimmst du das letzte Mini-Germ. Ja, ja. Und ihr könnt ja schon mal auf den Abo-Knopf drücken. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett, damit wir mehr wachsen können in den Kanal. Ähm, schütze die Statur. Oh mein Gott, ich muss meine Statur schützen. Ja. Zumindest heißt es Minigames so. So. Ich schütze die Statur. Muss ich jetzt da hin? Ähm, werden die Lunden gezündet. Lass den Strom. Ey, das warst du langsam. Was denn jetzt? Oh mein Gott. Da ist Wasser explodiert. Na? Hä? Hä? Was? Ach so, wir müssen versuchen zu leben. Aber alle sind gestorben. Ja, das war irgendwie ein komisches Mini-Game. Wenn euch trotzdem gefallen hat, dann gerne einen Like da lassen und ein Abo. Ja, das letzte war komisch, aber ich glaub das letzte hat euch nicht gefallen. Na ja, macht nichts. Egal, uns hat's auch nicht gefallen. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020